Das Problem ist, ich bin gerade dabei, den ihren besten Stürmer abzukaufen. Chat hat keine Meinung, na dann machen wir weiter. Da machen wir nur das zweite Jahr, aber eine Vertragsverlängerung wird es dann nicht geben, dann lasse ich easy peasy den Vertrag lieber auslaufen und gucke was dann so passiert. Wenn jetzt in diesem Sommer kein ordentliches Angebot kommt, sollte ich dann natürlich anfragen, dann bin ich sofort weg. Aber ich glaube, dass die Anfragen werden, dadurch, dass ich ja erst letztes Jahr gegangen bin. Und das war nicht. Wie kann ich das nicht? Wir haben die Anfragen, die Anfragen, die wir uns nicht veriggle haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mie, mie, mie. Ich möchte nicht den ganzen taktischen Fokus des Teams für einen Spieler ändern. Sie werden damit klarkommen müssen. Tut mir leid. Meine Zeit ist mir zu schade für Ihre Entschuldigung. Sie sind zu weit gegangen. Mie, mie, mie. Dann werde ich dich gehen lassen müssen. Bye. Hm. Okay. Wir müssen hier Knipse eingestellt. Was soll die Scheiße? Äh, Schattenstürmer 16 bis 21. Die Scout-Empfehlung ist mindestens 70. Die Transizipi-Attribute können wir erst einmal löschen. Schattenstürmer angreifen. Und wichtig. Und wichtig. Oh, das sind ja noch relativ viele. Na ja, umso mehr Auswahl haben wir. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.